Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich will gar nicht zu viel spoilern, ich werde auch die wichtigsten Sachen erstmal verpixeln. Ich will nur sagen, es wird sich einiges ändern. Ich bin jetzt auch gerade hier bei der Goldfarm, kann keinen Plan wieso. Die letzten Monate, Wochen, ich würde fast sagen Jahre, hatten wir ja immer diese Anfänge hier. Und diese Anfänge gibt es in Zukunft nicht mehr. Der ganz einfache Grund ist, dass diese Anfänge den Videoschnitt um einiges verzögern und ich lieber aktiv auf YouTube bin oder ich viele Videos und geile Videos präsentiere, anstatt euch zwar extrem geile Videos zu präsentieren, aber halt nur alle drei Wochen. Das macht für mich persönlich keinen Sinn mehr. Bedeutet, ihr werdet am Anfang jetzt immer nur eine kurze Anmeld bekommen, wie sowas wie jetzt hier, aber halt nicht so lang, weil das ja jetzt extrem lang wird. Sondern es wird halt nur ein kurzes Hey, wir kommen im Video, dann hole ich euch ab, erzähle euch, was wir machen und dann geht es auch schon direkt rein ins Video mit dem Spaß des Ganzen. Der Hauptgrund dafür liegt eigentlich da drin, dass ich momentan, und das werden viele von euch mitbekommen und dafür entschuldige ich mich. Ich bin momentan mit den YouTube-Videos im absoluten Hintergrund. Ich bin drei Monate voran auf Twitch, also wir sind auf Twitch viel, viel weiter, viel, viel, viel weiter und ihr seht Content, der wirklich Monate zurückliegt und dafür entschuldige ich mich. Ich gebe jetzt wirklich mein Bestes, da richtig, richtig krass aufzuholen und euch so viel Content in schnellstmöglicher Zeit zu bieten, dass ihr da wieder auf einen Stand kommt, weil es mich einfach abfuckt. Bevor wir jetzt rein starten ins Video, will ich noch sagen, in der nächsten Zeit werden krass viele Änderungen kommen. Es wird so krass, ganz krass viel geile Scheiße auf euch zukommen. Okay, unbeschreiblich viel Geiles. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Aber jetzt rein ins Video, viel Spaß. Wir beginnen heute mit einem unfassbar geilen neuen Projekt, aber was das sein wird, seht ihr jetzt. Ja, aber die 1.17 ist soweit getestet. Der Stuff, den haben wir jetzt ja alles. Kenne uns hoffentlich mit allem soweit aus, ne. Knochenmehl-Farm kommt jetzt, das Schalker-Farm kommt jetzt, aber als allererstes, bevor wir diese zwei Farmen angehen werden, werde ich hier die zweite Etage raufziehen. Danach können wir das hier sowieso nicht weitermachen, also das geht halt nicht. Sondern danach, wenn die zweite Etage steht, werden wir die Sch... Ne, die Knochenmehl-Farm zuerst bauen. Und, ne, zuerst die Schalker-Farm und danach die Knochenmehl-Farm, genau. Und dann erzähle ich euch von meinem weiteren Plänen, denn ich habe schon sehr, sehr viel im Kopf oder habe den Plan, was bis zum Emberpill ist, nach dem Emberpill ist und zwischendrin noch passieren wird. Zeitliche Reihenfolge habe ich auch plus und minus im Kopf. Die Schalker-Farm und die Knochenmehl-Farm machen es halt jetzt länger, aber dafür halt auch vollautomatisch, versteht ihr? Schätze ich mal. Also es wird krank, ganz, ganz krank. Ey, ja, aber Wasser sind jetzt überall gesetzt. Wir haben jetzt die zweite Etage so weit draufgesetzt und bisher funktioniert auch alles. Stopp! Ne, oh mein Gott, Endstäbe fehlen. Endstäbe. Wir haben jetzt hier alle vier, äh, alle acht, nicht vier, alle acht Blumen-Farm, die wir auch so lassen werden, also wir belassen das bei acht, haben wir jetzt fertig. Alle sehen erstmal funktionell aus. Die Frage ist jetzt nur, was passiert? Wenn wir die Glock anschalten, würden die Farmen funktionieren? Werden sie nicht funktionieren? Oh, Bruder, wie die FPS, du glaubst, merkt ihr das? Ja, funktioniert, funktioniert, funktioniert. Sorry für die Lautstärke, das funktioniert, funktioniert alles. Oh, Bruder, die FPS. Wir machen mal die Farmen wieder aus und direkt Lags, obwohl Lags sind immer noch durch den ganzen Stuff. Hä? Oh. Ups. Ach ja, moin, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Die Endstäbe sind hier ja überall im Weg für den Stuff. Ah, genau, dafür machen wir so eine Test, um sowas mitzubekommen. Lol. Dann gehen wir mal kurz durch und schauen uns mal an, was da so bei rausgekommen ist, aus, keine Ahnung, zehn Sekunden vielleicht. Hier. Hier. Äh. Ach, pff. Die Farmen ist zu produktiv, Chat. Ähm, wie lang lief die Farmen? 30 Sekunden oder so. Wir haben allein jetzt drei Stacks blauen Farbstoff. Na, zwei Stacks hellgrauen. Ne, sogar vier Stacks hellgrauen, sorry. Und ganz viel roten. Roten hatten wir auch noch vier Stacks von anderer Sorte. Das Problem ist so, dass wir keine rosa Rosen leider bekommen. Aber vielleicht droppt es, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die droppen auch einfach geringer. Und die droppen, wenn es länger durchläuft oder so, werden wir ja sehen. So, aber wir haben auch gelben Farbstoff übrigens, habe ich gerade gesehen. Und eigentlich müsste auch rosa gedroppt werden. Also, wir haben eigentlich extra da gebaut, wo auch rosa Rosen waren. Und nicht nur rote. Aber vielleicht ist es halt irgendein Fehler in der Matrix gerade. Wir werden uns jetzt erst an ein anderes Projekt, oder einem anderen Projekt widmen. Wir werden hier drauf zurückkommen, wenn wir mit dem Projekt fertig sind. Denn hier fehlt noch das Design. Hier fehlt das Lagersystem. Hier fehlt die Knochenmehl-Farm, die das Knochenmehl dafür produziert. Denn wir sind jetzt frisch auf der 1.17.1. Und der 1.17 gibt es eine sehr coole Möglichkeit. Es gibt jetzt in der 1.17 eine sogenannte Schalker-Farm. Und die spielt mir sehr in meine Karten. Denn ihr wisst, was ich für ein Schalker-Fetischist bin. Kann man das so sagen? Ich liebe Schalker-Kisten über alles. Schalker-Kisten sind für mich, mit die beste Erfindung, die es in Minecraft je gab. Und einfach das Geilste. Danke auch nochmal für 100 Bits. Aber diese Schalker-Farm werden wir brauchen. Denn ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, aber ich habe vor, in meinen gesamten Farm Schalker-Füller zu integrieren. Die im Prinzip ermöglichen, dass wir nicht, wie bei der Pick-and-Tread-Station zum Beispiel, ein riesiges Lagersystem bauen müssen. Sondern, dass wir 40 Doppelkisten oder so setzen, wo dann halt Schalker-Kisten reinkommen. Und diese 40 Doppelkisten können halt vollgemacht werden mit Schalker-Kisten. Und die Schalker-Kisten können vollgemacht werden mit dem Item, was dann die jeweilige Farm erfarmt. Und so will ich all meine Farmen, die ich bisher im Projekt habe, auch updaten. Also das ist das Ziel. Was ich dafür brauche? Ganz viele Schalker-Kisten. Und deswegen die Schalker-Farm, die wir hier auch zuschenschieben werden, weil ich will auch in dem großen Lagersystem im Emberpolis später mit diesen Schalker-Füllern arbeiten, bei Items, die man halt in Massen hat. Damit wir nicht so viele Doppelkisten verschwenden. Ist klar, ne? Ganz logische Denkweise. So, jetzt ist das Ding. Ich habe noch gar keinen Plan von der Schalker-Farm. Ich weiß noch gar nicht, wie wir es machen. Wir müssen auch erstmal Staff ranholen. Ich weiß nur, dass wir sau viel Obsidian brauchen, für sau viele große Nether-Portale. Bei dem Rest muss ich mal mit dem Chat dann gucken, wie das Ganze wird. Oha. Wir müssen auch gucken, wo wir die Schalker-Farm bauen, wie wir die bauen, etc. Mein Ziel ist es, auf irgendwas um die 2.000 bis 3.000 Doppelkisten zu kommen, die voll sind mit Schalkern. Oder mit Schalker-Chests. Weil ich weiß, dass wir die in diesem Projekt auf jeden Fall noch verbrauchen oder verbauen werden. Und brauchen werden. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, dann gucken wir jetzt zuallererst erstmal nach dem Tutorial. Wenn wir das Tutorial haben, holen wir den Staff ran und dann geht der Prozess wieder los ans nächste krasse Farming-Projekt, was irgendwie so ein bisschen dazwischen kommt. Aber es ist halt einfach erstmal wichtiger als eine Blumenfarm. Viel, viel wichtiger als eine Blumenfarm. Definitiv. Das wäre die beste Schalker-Farm. Ben Mangos macht sehr viele Drops. Wollen wir uns mal die Welt runterladen? Wir gucken uns mal das Ganze an, okay? Ihr wisst ja, ich bin da so ein praktischer Typ. Ich muss mir das angucken, Digga. Da, Schalker-Farm-Tutorial. Aha. Bevor wir jetzt rein starten mit dem Farming und mit dem Ort aussuchen und so, muss ich das in 1.17 geladenen Chunks bauen oder kann ich das auch in 1.16 geladenen Chunks bauen? Und die nächste große Frage wäre, muss ich die Schalker zuallerletzt hinbringen oder müssen die mitten im Projekt hinbebracht werden? Oder davor. 1.16 Chunks gehen auch und das andere ist egal. Natürlich. Na dann, suchen wir mal einen Platz über einem großen Meer, wo wir das Gerät bauen können und gucken dann mal weiter. So, fliegen wir mal los. Wir könnten das irgendwo hinten bei der Creeper-Farm eigentlich bauen. Da ist relativ offen und relativ viel Platz. Trotzdem, wenn wir es hier bauen, theoretisch gesehen ist hier, glaube ich, ziemlich geil. Deep Ocean. Deep Ocean geht bestimmt auch, oder? Aber hier, hier bauen wir das. Safe. Das ist der Place-to-be-Chat. Erstmal zu markieren und danach können wir das Tutorial einmal weitergucken, ob ich noch irgendwas wissen muss. Also muss ich eine Eisengulem bauen. Hätte ich mir das mal früher sagen können, Digga? Minus 55, 72. Zack. Easy, Bruder. So, let's go. Vier Stück reichen, oder? Ne, wir machen mal ein bisschen mehr. So, dann ab zum Spot. Ich muss gleich aus. Ich brauche eine Schere. Und ratet mal, wer weder Eisen noch eine Schere dabei hat. Wenn hier kein Eisen gibt, bin ich sauer. Ja, hier gibt es Eisen. Hier in der Kahüte. Jetzt Eisen. Ja, Ehre, Digga. Let's go. Schere. Bam. Guter Minecraft-Spieler. XX Relation am Start. So, pack ein den Aal. Stürbst du? Hä? Ich habe das noch nie gesehen. Dass so eine Dinger halt da überleben können. Also kann ich da die Farm bauen. Im Prinzip, wa? So, Bruder. Schlips um Wasser. Scheiße. Oh. Jo, das war jetzt unbeabsichtigt. Roughly in the center of the chunk. Im center of the chunk. Ja, seht ihr mal, was ich alles falsch gemacht hätte, Junge? Im center of the chunk. So, Mitte. 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 Hier. So, und dann hier nochmal kurzer Test. So. Funktioniert. 1A, Bruder. Du weißt, wenn du ins Wasser fällst, stirbst du, ja? He, he. Junge, du siehst aus wie, wie Emi. Geiler Typ. Danke, Jungs. Weiß ich. Warte mal, dann gehen wir mal hier jetzt so. Bis auf Höro 144. Ich habe keine Half-Sips dabei. Damit müssen wir jetzt erstmal leben, dass wir das ohne Half-Sips bauen. Wir bauen jetzt wirklich nur das Nether-Portal erstmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wartet, Block-MLG. Ja, war ein bisschen spät. So, stabil. Das ist jetzt korrekt. Das ist eins zu hoch, oder nicht? Ne, jetzt zünde das zuerst an. Okay, dann zünden wir das jetzt auch zuerst an und verlinken das erstmal. So, aber zuallererst, Chat. Schlafen wir einmal. Zack. Und bauen das, was unter uns ist, nochmal ab. Ähm, haben wir eine Fackel dabei oder so? Mit was kann man die noch? Mit einem Bett einfach. Warte. Ah, haha. Der Minecraft-Profi, wie er lebt und lebt. Aber ich habe jetzt eins zu groß gebaut, wa? Let's go. Anzünden und Koordinaten. Chat merken. Wir müssen das durch 8 teilen. 1, 2, minus 7. Ähm, genau hier muss das Portal hin. Aber das ist jetzt schon das Portal, was wir eigentlich weiter oben bauen müssen, theoretisch, ne? Aber egal, das können wir später weiter oben bauen. Genau. Ja. Perfekt. Ich habe eigentlich ein Optifine-Cape. Hat es nur deaktiviert auf Optifine. Stabile Sache, oder? Und guckt mal, Digga, was wir hier haben. Wild, oder, Digga? Einfach das offizielle Projekt-Banner. Jetzt auch hier. Zu krank, Junge. Und das ist überall auf jeder Version zu sehen. Einfach, warte, wir können mal die Elytra ausziehen. Dann seht ihr auch. Maschallah, oder? Also, da sieht es sich so sick aus, wie mit Elytra. Also, sauwild einfach. Hier wird eine Schalker-Farm dann gebaut. Die im Prinzip, äh... Ja, sehr, sehr krass und aufwendig wird. Das Problem ist, äh... Bisher haben wir dafür noch gar kein Stuff. Und das muss erfarmt werden. Wir brauchen sehr viel Obsidian, sehr viele Half-Saps, sehr viel Glas, Knöpfe. Ein bisschen Redzone-Kram, aber das ist jetzt eher Pippi-Fucks. Und dann sollten wir auch schon alles haben. Das ist tatsächlich nicht so viel, wie man jetzt auf den ersten Anblick denkt. Aber trotzdem ist es, glaube ich, an sich ein bisschen viel zum Zusammensuchen. Ich würde dann direkt bei der Farm in den Schalker-Filler integrieren, dass die Schalker-Chails in Schalker-Kisten gehen. Und wir das dann so eingelagert bekommen. Dann machen wir irgendwie 30 Doppelkisten. Und machen erstmal so viele Schalker-Chests, wie wir haben. Da rein, also irgendwie 10 oder so. Und wenn die voll sind, können wir ja so viele Schalker-Kisten, äh, craften. Dass wir genug Schalker-Kisten da haben, die dann voll gemacht werden mit Schalker-Chails. Alter, Bruder, das ist einfach OP-System. So ein Ding ist das. Wir haben vorher das Tutorial hier bauen wollen. Oder das, das habt ihr ja auch gesehen. Ähm, wo wir im Prinzip hier die kleine Schalker-Farm bauen wollten. Die gibt 500 Schalker-Chails die Stunde. 500 sind ein bisschen sehr wenig. Jetzt hat der Chat mir gerade nochmal gesagt, Bruder, es gibt eine viel bessere. Die ist aber halt auch viermal so groß. Ist aber für mich vollkommen fein. Ihr kennt mich, Digga, ich brauche sowas. Denn, wenn wir hier einmal gucken, kann ich, hallo. Da, genau, so sieht das Ganze aus. Das ist im Prinzip das gleiche System. Nur viermal gebaut, viermal nebeneinander und verbunden. Und dann ist es sonst genau das gleiche, schätze ich, Redstone-Technisch. Wir müssen es halt nur bauen. Wir haben jetzt schon World Download. Ich würde sagen, wir gehen kurz mal auf die Welt und gucken uns das aus der Endgame-Perspektive nochmal an. Hi, hier, Schalker-Farm. Schalker-Farm groß, da gehen wir mal rauf. Ja, aber das wäre die, äh, von der Endgame-Perspektive. Sie sah tatsächlich im Video größer aus, als sie so Endgame ist, wa? Also muss ich ja mal kurz hier am Rande erwähnen. Aber im Prinzip ist es genau das gleiche, nur wiederholt, immer wieder. Ein Abteil, ein Abteil, ein Abteil, ein Abteil. Heißt, so schwer ist es auch gar nicht zu bauen. Außer halt immer der erste Part von allem. Der ist immer am schwersten. Aber sonst macht es keinen großen Unterschied. Und ist das auch alles auf der Höhe, wie wir jetzt angefangen haben? Hier ist das Höhe 144? Ne, 149 hat er das Portal zum Beispiel. Ja, dann bauen wir jetzt doch die. Also ihr wisst, ich übertreibe immer gerne und das ist genau das, was ich will. Heißt, wir müssen jetzt nicht Stuff für eine dieser Farmen zusammenholen, sondern für vier. Dann kann ich jetzt so offiziell sagen, dass wir alles haben. Alles vorhanden, Digga. Alles vorhanden, was wir irgendwie brauchen. Wir haben jetzt hier ganz viele Schalker im Inf und vor Ort. Hier sind auch noch ganz viele. Wie sollen wir die ganze Schalkerkiste hier wegbekommen? Ja, okay. Dann tun wir drei oder vier Doppelkisten hier rein. Es ist jetzt ein ganzes Inventar voll mit oder fast ganzes Inventar voll mit Schalkerkisten, wo im Prinzip nur Stuff für die Farmen, die wir jetzt zuvor haben, drin ist. Und hier sind dann auch noch mal ein paar Chests mit Schalker oder ein paar Schalker Chests, wo halt Stuff drin liegt. Ist jetzt nichts heraushagendes. Viel Truhen, viel Diorit, viel Redstone-Kram, was wir auch brauchen werden für die Farmen. Und viel mehr oder weniger ist es jetzt auch eigentlich gar nicht. Wir gehen jetzt zur Schalker Farm und wenn ich bei der Schalker Farm bin, können wir eigentlich direkt anfangen mit dem Bau. Ich würde erstmal sagen, wir machen zuallererst eine Schalker Wall irgendwo hin. Aber lasst uns zuerst mal auf der anderen Welt gucken, wo wir die Schalker Wall hinbauen können und in welcher Blickrichtung wir bauen müssen. Das ist am wichtigsten, meinte der Chat. Guck mal, Schalker Farm, hier die große. Warte, wir sagen jetzt mal, das hier ist unser Nether-Portal-Chat, wo wir jetzt stehen, okay? Bedeutet, wir müssen erstmal auf Höhe, merkt euch, bitte einmal mitschreiben, mitschreiben, Chat. Höhe 149, Blickrichtung East. Und dann bauen wir uns nach Blickrichtung North. Eins, zwei, fünf. Oh, oh, oh. Habe ich jetzt die Farm geschrottet? Also sie sieht noch so aus, als würde sie funktionieren. 15 Blöcke. Ich glaube, ich kann es mir auch merken. Ich sollte es mir auch merken können. Das sollte mein geisteskrankes Gedächtnis sich merken können, definitiv. 149 East, North, 15 Blöcke East. Danke, Alter. EP-Expert, Koskos. Perfekt, das ist super. Wir haben auch das Portal auf East, aber auf Höhe... Oh, scheiße. Wir sind auf der falschen Höhe mit dem Portal. Wir müssen auf Höhe 149 wahren. Hier auf der Höhe muss dann das Portal einmal wiederholt werden. Und dann gehen wir hier 1, 2, 10, 15. So. Und dann nach... Hä, nach Nord. Hä, bin ich dumm? Junge, bin ich blind oder so? Das facet ja gar nicht nach East. Das facet nach Nord. Unser, unser anderes Portal auf der anderen Welt hat 100% nach East gefacet, oder nicht? Ja, natürlich. Sonst hätte ich es ja nicht angesagt. Ja, na, dann muss das Portal auch ganz anders facen. Es muss auch da facen. Und dann gehen wir nach Nord. Für 15 Blöcke heißt. So lassen wir das. Dann kommt hier das Portal ran. Und dann 1, 2, 15. Und dann nach East wieder, ne? 15 Blöcke East, genau. 1, 2, 3, 5. Dann tun wir genau hier an diese Eckkante im Prinzip die Schalker Wall ran. Einmal auf... Ja, Wassereimer brauchen wir dafür jetzt. So. Und dann kommt hier der Boden im Prinzip für die Schalkerkiste hin. Und dahinter dann die Wand. So. Und dann East. Facing East, genau. Bau das Portal ordentlich. Mir fehlt einer. Was ist denn das für eine Abzocke? Wo ist der eine Obsidian denn hin? Haben wir Real Talk? Oh, das funktioniert ja auch nicht. Oh, wer hat denn sich das ausgedacht? Ach, scheiß drauf. Feuerzeug, Feuerzeug, bitte. Ah, so ein Scheiß. Ich glaube, wir müssen mit den Lütrei einfach nach Hause fliegen. Anders wird es hier nichts, Chad. Hier haben wir auch kein Feuerzeug. Mal zack, zack, zack. Und dann machen wir mal... Wie viel habe ich denn jetzt noch? Vier? Geil, vier Stück und drei Slots sind noch frei. Hier muss dann noch eine Etage mehr drauf. Naja. Oh, satisfying. Es reicht perfekt einfach. Sehr, sehr wild. So, guck mal. Dann steht die Schalker Wall. Die Frage ist jetzt nur, ist da irgendwo ein Feuerzeug für uns? Kein Glück. Glaubt ihr, wir finden in einem Wrack noch irgendwo was hier in der Nähe? Ja, hier ist doch die Boss Kajuti oder nicht? Ne, die... Doch, die ist doch hier. Oh, lucky. Das ist sehr lucky. Dann gib mir mal ein Flint, bitte. Flint. 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 Jetzt Flint. 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 Komm, bitte. Ja. Ah, Glück gehabt, leider. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.